Hallo Vital-Freunde zu Hause. Heute melden wir uns mit dem gesamten Team mal nicht aus dem Vital, mal nicht aus unseren Kursräumen, sondern wir haben für euch etwas vorbereitet. Und zwar wollen wir wieder mit euch gemeinsam Sport machen. Das hat uns gefehlt, euch wahrscheinlich auch. Und so sind wir auf die Idee gekommen, am Mittwoch, den 27.05., also am nächsten Wochen, Mittwoch, 17.30 Uhr, mit euch gemeinsam auf dem Sportblatt Riesker Straße Sport zu treiben. Wir sind heute mit dem Team hier, um das Ganze mal schon mal zu planen für euch, abzustecken, wo finden welche Kurse statt. Und wir haben vier Kurse für euch vorbereitet. Vier Kurse, die ihr aus dem Studioalter kennt, die ihr aus unserem Kursprogramm kennt. Und die möchten wir mit euch endlich wieder mal gemeinsam mit den nötigen Abstandsregeln natürlich abtrainieren. Ja, 40 Minuten wird ein Kurs dauern. Wir haben zwei Runden vorgesehen, also 40 Minuten, ein Kurs, danach eine kurze Pause, Viertelstunde, dann nochmal 40 Minuten. Ihr könnt also ein ausgiebiges Training absolvieren. Und die Kursinhalte, die werden jetzt meine Kollegen euch vorstellen. Wir haben zum einen Aerobik, dann Rundschul-Training, wir haben Rücken-Fit und Body-Bellen. Also, vier Kurse, die euch allen bekannt sind, aus jedem Bereich etwas dabei, Stabilität, Herz-Kreislauf-Training, einfach Spaß haben. Wir haben genug Platz zur Verfügung. 17.30 Uhr geht's los, findet euch eine Viertelstunde vorher ein. Was müsst ihr mitbringen? Etwas zu trinken, die Wetterlage soll gut werden, soll gut bleiben. Vielleicht ein Handtuch mit dazu, bringt euch auch mal eine Jacke mit dazu, die ihr dann drüberziehen könnt, wenn ihr geschwitzt seid. Und es wäre wirklich wichtig, dass ihr euch anmeldet. Es ist keine Pflicht, aber für uns ist es einfacher, das Ganze zu planen. Es finden dann vier Kurse gleichzeitig statt, also alle vier Kurse werdet ihr gleichzeitig hier vorfinden. Ihr wählt dann aus, welchen Kurs ihr durchführen könnt. Und wenn dann Kurse dabei sind, die ihr gerne alle beide machen möchtet, dann hängen wir noch eine zweite Runde hinten ran und ihr könnt dann den zweitliebsten Kurs im Prinzip in der zweiten Runde durchführen. Okay, also. Wir haben noch was vergessen. Wir haben noch was vergessen. Ein Kurs. Wir haben einen Kurs vergessen. Body Combat. Body Combat, natürlich. Body Combat wird es auch noch geben. Das ist total professionell. Wir freuen uns auf euch. Nächste Woche Mittwoch, also am 27.30 Uhr geht's los. Volle Bude. Wir haben Platz zur Verfügung an der frischen Luft und wir sehen uns dann. Ciao. Ciao. Ciao.